Jans und Herzlich Willkommen zurück zu Cyberpunk 2077. Endlich geht's weiter mit Victor, dem Ripper Dog. Oh, Ripper Dog. Obwohl weit verbreitet, ist die Installation von Cyberbear immer noch ein gefährlicher, invasiver Eingriff, der nur von qualifizierten Spezialisten durchgeführt werden kann. Ripper Dogs. In Night City arbeiten diverse Ripper Dogs, die jeweils eine unterschiedliche Palette an Cyberware Upgrades anbieten. Willian gewünscht das Kubernetes Upgrade aus der Liste aus und dann viel Spass mit deinen neuen Fähigkeiten. Erinnerung migraines, nausea, hypersensitivität zu bright lights. Oh, Kittenkaboodle. All right, Kitten. Wir werden Sie in eine Flashe. Zyzat, wie sind Sie? Ja, so ist alles gut. Ich habe einen neuen Fixer. Ich habe mir einen Job. Der Name ist Dexter Deshawn. Ich habe eine gewünschtige Quantität aus dem Nachwuchs. Ich habe keine Veränderung, dass du mich überwürdigst. Aber etwas, was du mir nicht erzählst, Vic? Ich habe dich aufhörst, das ist alles. Ich habe ein paar Dinge über Dex. Er ist nicht so chill, wie er sich ausmacht hat. Und das werden wir ja dann wohl sehen. Ja, nee. I'll bring you the Eddies later, with interest. You know I will. Hmm. Last time, you hear? Ouh. Chair, please. Sit down and relax. Okay, klar. Kuroshi Optics. Best I've got, and should be about right under the circumstances. Now jack in. Kuroshi, whoa! Thick, nothing tops that on the market. Hmm, sounds like it could come in handy then. I gave you my word I'd pay you back, but this might be too rich for my blood. We'll work something out. Right now I'm just out to make sure you get back in one piece. Eddie's in hand. Okay, I've been down to a few. You peruse and choose while I scan. Let's see what's going on inside. Okay. Cyberware-Kapazität. Eine Cyberware-Kapazität bestimmt, wie viel Cyberware dein Körper bewältigen kann. Sie steigt, wenn du im Level aufsteigst. Bestimmte Vorteile freischaltest und Cyberware-Kapazität Splitter benutzt. Vorteilsraum anzeigen. Verfügbare Items. Cyberware für das Gesicht verbessert deine Sicht und ermöglicht dir das Hervorheben von Informationen in deiner Umgebung. Cyberware für die Hände verbessert deine Fernkampffähigkeit. Kuroshi-Optik. Minus 20% Entdeckungsgeschwindigkeit von Kameras. Vierfacher optischer Zoom beim Scannen 2. Gesundheit. Erbeutete Cyberware. Du kannst Cyberware, die du im Spiel findest, in jeder Repertock-Klinik installieren lassen oder verkaufen. Okay. Panzerung. Panzerung bestimmt deine Resistenz gegen Schaden. Du kannst deine Panzerung verbessern, indem du in Cyberware für dein Skelett und dein Integrationssystem investierst. Panzerung erhöht deine Resistenz gegen alle Schadensarten mit der Ausnahme von anhaltendem Schaden. Eine hohe Panzerung kann den erlittenen Schaden um bis zu 20% oder mehr erhöhen. Auch das hier alles sieht ganz anders aus. Was auf Kategorie 1 upgraden. Ne, ich habe jetzt nicht so viel Money. Ballistischer Co-Prozessor. Erhöht die Schosse auf Querschläger mit Powerwaffen. Verbindet die optischen Implantate des Benutzers direkt mit dem Waffensystem, wodurch Waffeninformationen in Echtzeit können gezeigt werden. Plus 1,4% Nachwahlgeschwindigkeit. Okay. Integ-Integumentsystem. Panzerung und Schadensresistenz. Panzerung bestimmt deine Resistenz. Habe ich schon gelesen. Superdermale Panzerung. Panzerung einfach, aber effektiv. Plus 2 Gesundheit. 5 Cyberware und 17 Panzerung. Okay, ich glaube da muss ich erstmal ein bisschen reinkommen mit diesem ganzen neuen System. Aber es sieht auf jeden Fall interessant aus. Und ich weiß von CDPR Red, äh CDPR Videos, also von den Red Streams besser gesagt, dass man auch den Sandavistan einbauen kann. aus dem Cyberpunk H-Roller-Kannenden. Displays datat aufgrund der Korneien. Chirri an der Top ist ein Bild-in External Lens Disruptor. In Lehmann's Terms, any Surveillance Cam will capture your face as a blur. I just remember, your body will still show up as Crystal Clear. Hmm, this should do the trick. Talks to Kuroshi Tech too. Hört sich doch gut an. Erstmal noch. Ich bin in ein Welt, wo alles was wichtig ist, was was, 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 und wie, was. Und was passiert? Ein Tag, ich habe es einfach nicht zurück. Ich werde niemals ein legend in der Stadt sein. Aber ich habe schon lange schlafen. Das ist einfach so. Danke. Jetzt ein bisschen anesthetisch, und ich kann beginnen. Das ist nicht so gut. Du fühlst dich? Es ist so gut. Es ist so gut. Es ist so gut, Doc? Es macht dich wie ein dentist. Es geht immer weiter und weiter. Es geht nicht so gut. Ich weiß, ich bin alt. Ich habe eine Gannik-Gannik-Gannik. Ich könnte es schlafen. Schlafen für eine Minute, okay? Okay. Let's test this. See the magic in action. Linking you in. You might feel a little discomfort at first. Blurred vision. Low contrast. Glitches. Okay, let's test this. Wow. Well, how's it look? Feel all right to you? Seen more dramatic improvements before. Patience, kid. Give it a minute. Menschen scannen. Wenn du Menschen mit deiner optischen Cyberware scannst, erhältst du viele nützliche Informationen. Zum Beispiel darüber, wie stark ein Gegner sein könnte, wer zu seiner Crew gehört oder was für Waffentypen er verwendet. Als fähiger Netrunner erhältst du eine Liste an Quick Hacks, die du gegen deine Gegner einsetzen kannst. Time for the Scanner. Victor Vector Zivilist. It might take you a few seconds to adjust. But first time is rarely the charm. With anything really. Scanner should eventually sync with your thought processes and read your intentions. Swift of NCPD Datenbank gewirkt. I also inject a NCPD file search. Run into any near-do-wells. You know exactly what they never did well. Praktisch. Wandungsdatenbank. Du hast nun Zugriff auf eine Datenbank mit Personen, auf die ein Kopfgeld ausgesetzt ist. Du kannst die Gefahnden mit deinem Scanner identifizieren. Da sie alle tot oder lebendig gesucht werden, ist es dir überlassen, mit welchen Methoden du dir das Kopfgeld sichern willst. Hehehehe. It oughta work like a charm. Now draw your weapon. You should see your ammo count in a brand new site. Warte noch kurz. Best Ribberdog in Watson. Night City. Veteran. Alter Freund von Jackie Wells. Sonst, was gibt's da? Ein Tor. Okay. Nice. Vielen Dank. Oh yeah. Oh yeah. Big Lease. Don't forget where you came from. Nee, nee. Das werd ich nicht vergessen. Spät dran. Von Misty an Victor. Bin spät dran. Sorry. Küsschen. Du bist tot. Von Blaze an Victor. Wir vergessen nichts. Du bist so gut wie tot. Wenn ich hier noch einmal einen deiner Leute sehe, droht ihm Schlimmeres, als nur ein verstauter Kiefer. Verstauchter Kiefer. Das ist keine leere Drohung. Versucht es nur der Wichser. Biotechnica arbeitet sie mit uns. Sehr geehrter Herr Vector. Ich heisse Abigail Eden und arbeite als Headhunterin für Biotechnica. Ich hatte mich gefragt, ob Interesse ihrerseits bestünde, Teil der sozial vertretbarsten und umweltbewusstesten Konzernfamilie der Welt zu werden. Wir bieten ihnen uneingeschränkten Zugang zu unserer hochmodernen Technologie, unserer Security. Sie können in Watson bleiben und es winken attraktive Karrieremöglichkeiten. Melden sie sich. Es zahlt sich für sie aus. A.I. In dieser Werbemails hasse ich persönlicher. Ich gehe gleich nochmal zu Victor. Aber ich möchte mich ja noch ein bisschen hier umschauen. Der Ripper Dog. Mission abgeschlossen. Aber sieht so aus, als ob hier nichts mehr Spannendes ist. Wieso auch immer der so Anzüge hat. Urkunde. Urkunde für Victor Vector. 2. Platz. Schwergewicht. 4 Open Finals. Watson Boxing Grand Prix. Harriet Böhner, Organisatorin. K. Sheen Roberts, NCBA-Präsident. 3. April 1961. Hat also wirklichmals Boxer gekämpft. Wer gewinnt? Hernandez. Du weißt, in den alten Tagen, der Krippel Malone hätte auf den Bordern geschlossen gewesen. Nun hat jeder letzte Krieger gekämpft. Er absorbiert 75% von jedem Blut. 2. 2. 2. 2. 3. 3. 3. 4. 3. 4. 4. 4. 5. 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 6. 6. 8. 11. 11. Gegner ausschalten. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, um Gegner auszuschalten, ohne sie dabei umzubringen. Nicht-tödliche Takedowns, nicht-tödliche Quick-Hacks, nicht-tödliche Waffen, EMP-Granaten sowie manche Kampf-Gadgets. Waffenmods, die Schaden nicht-tödlich machen. Wenn eine Waffe ein Kampf-Gadget oder ein Quick-Hack nicht-tödlichen Schaden verursacht, wird das in der Beschreibung aufgeführt. Sorry, ich habe mir das hier gerade mal angeschaut. Sieht ziemlich cool aus, dass das Ganze hier dargestellt wird. Erinnert mich ein bisschen an Detroit Become Human. Und ich glaube, das gab es vor dem Update auch noch nicht, diese Stelle hier. Nice. Da bin ich wohl ein bisschen zu nahe gekommen. Dann gehen wir mal zu Wechsel der Genre. Nachdem ich die Kisse gelobt habe. Guten Tag. Keine Frage, nichts. Einfach einsteigen. Aber ich würde sagen, das machen wir erst in der nächsten Folge von Cyberpunk 2077. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ich habe dich. In 2077 haben sie meine Stadt das schlimmste Ort in der USA gewonnen. Hauptprobleme sind die Höchstenswert der Verwaltung und mehr Menschen, die unter der Poverty-Line leben, als sonst woanders. Ich habe dich. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Immerse yourself in Cyberpunk 2077 Samurai We have a city to burn